Kyria, Kyria, Eleison, Kyria, Kyria, Eleison. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Lieber Vater, es ist ein kleines Wunder. Im Lugala Hospital im Süden von Tansania überleben seit einigen Jahren viel mehr Frühgeborene die ersten kritischen Tage. Selbst Kinder, die nur 1000 Gramm wiegen. Die Technik dafür ist ganz einfach. Am Körper der Mutter in besonders aufgeheizten Räumen erhalten die Frühgeborenen die notwendige Wärme. Guter Gott, schenke deine Wärme den oft sehr jungen Müttern, damit sie Mut haben für den nächsten Schritt. Schenke deine Wärme, Herr, den Vätern, dass sie ihre Verantwortung erkennen und auch wahrnehmen. Erwärme, Herr, das Herz der Mitarbeitenden im Lugala Krankenhaus immer wieder, damit sie ihren Dienst gut tun können. Gott, wir bitten dich, segne die Menschen hier im Mitteldeutschland. Erneuere die Partnerschaft. Erfülle alle die Spenden mit dem Reichtum deiner Nächstenliebe. Amen. Erfülle alle die Spenden mit dem Reichtum deiner Nächsten. Erfülle alle die Spenden mit dem Reichtum deiner Nächsten.